Hallo Leute, weiter geht's mit meinem Pokémon Chaos Blackwalk durch. Ich hab mir das Fahrrad geholt. Peinlich natürlich, dass ich das vergessen hab. Aber naja. Ihr solltet alle wissen, wo es das gibt. Deswegen hab ich das einfach nicht aufgenommen. Okay. Hm, es ist etwas sinderlich hier mit S-Plane zu kämpfen. Oh ne, und danach kommt auch noch ein Gift darin. Hat doch ganz, dass ihr auch nicht dran nehmt. Du Scheiße. Na ja, gut, Manky. Aber auch noch strahlt. Es hat auch nur durch Fokus-Brands oder sowas durchgehalten, schätze ich mal. Okay, weiter geht's. Poverstrahl. Oh, das war hot. Oh nein. Ja, okay, ich tu mal Pokémon-Austauschen zum Mew3. Oh, das kann Vergeltung einsetzen, ohne dass ich was gemacht hab. Das ist ja vollkommen unlogisch. Super-Effektin. Super-Effektin. Ich geh urteilen, aber das geht so schnell mit dem Fahrrad. Naja. Wenn ich dann mal die Eingangstür treffe. Oh Gott. Okay. Okay. Zudem. Oh nein. Smog-Mog. Tut mir leid, mein Stuhl hat gerade gequietscht. Vielleicht stört dir ein paar andere Leute im Hintergrund. Lachen. Aber, na, lasst euch davon nicht stören. Ja, ja. Es bleibt ein bisschen Level 33 und jetzt gebe ich dem einfach zwei. Zwei Sonderbonbons, dass das... Ja, dann erst mal nicht mehr... ...prägniert werden muss. Okay. Ich will irgendeine Gift-Attacker lernen, die nichts abzieht. Sieht. The user alters its skills to liquid itself and sharply raise the fence. Okay. Brauche ich nicht. Das ist das. Ja. Gut. Okay. Und jetzt nochmal. Das ist zwar am stärksten, aber dafür wird das jetzt überhaupt nicht mehr trainiert. Ich habe übrigens gerade zu meinem Besuchlasters gesagt, nicht zu euch oder so, ja. Ich lass mal so. Ich glaube, ich habe gegen die alle gekämpft, also mach ich nochmal ins Fokus an dort. Oh. Ey. Ach Gott. Okay. Und jetzt tun wir erstmal unseren McGrunt nach vorn. Okay. Oh. Ah, es bleibt. Sieht cool aus, wenn man das als Gegner hat. Cool. Helps hat Aussetzer eingesetzt. Ist etwas blöd. Gut, okay. Das hatte ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Dass das mein stärkstes Pokémon einfach nur bashen kann. Und das bedeutet, ich muss leider noch einmal heilen. Tut mir leid. Auf dem Fahrradweg stelle ich dann die Geschwindigkeit runter, weil man dauernd, ähm, ja, automatisch nach unten fährt und das nervt. Okay. Options, Emulator, Speedup, zocker aus. Okay. Gut, jetzt geht's endlich langsam. Nein. Okay, jetzt. So, die Kämpfe mache ich schneller. Boah. Ein Macho-Mei. Cool. Okay, jetzt wieder Geschwindigkeit runterstellen. Okay, gewischt. So, das mache ich jetzt wieder schnell. Donnerblitz. Gut. Ich muss auf jeden Fall alle besiegen, wegen Level. So, jetzt wieder auch die Mühefühlen mal austauschen. Sehr schön, wenn hier Kampfgruppen kommen. Okay, jetzt wieder Geschwindigkeit runterstellen. Okay. Okay. Okay, ich mache ganz runter und dann wieder auf der anderen Seite hoch. So, mit das Blame habe ich ja jetzt meine schlechte Erfahrung. Also, Deiner Grog. Oh, jetzt ist Aurorastrahl. Naja, eben geblockt. Okay. Okay. Das Blame war jetzt ziemlich langwierig. Und ich habe mich gerade in Form. 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 Frag mich, ob ich in diesem Video noch insgesamt so den Fahrradweg schaffe. Ungefähr. Hoffentlich. nicht ich musste suchen meine Gimbaltasche so mit Grunk erstmal kurz hinter Ragnar von gegen den hier oh kratschfuri, hot, wirklich hot und sehr schön ein Maschock und ich kann New Prix einsetzen ich glaube hier oben war doch noch einer insgesamt oder? ja hier nur noch mal kurz nach oben um zu sehen ob ich einen vergessen habe und wenn ich werde das seit Klasse ja hier ok, hier frie Lügeschlag besieht ok das Focus Center ich kann wieder die Geschwindigkeit hochstellen so ok und hier haben wir mal endlich wieder einen Benei das haben wir lange nicht mehr gesehen ok, den schaffen wir noch und dann ja passt das mit diesem Video ok, wie es weiter geht seht ihr im nächsten Video bis dann Leute Ciao bis dann